... ... ... ... ... Der Kanz geht über dreimal zwei Minuten. 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 Der Kanz geht über dreimal drei Minuten. Das Kampfgerät entscheidet, hier das Brötterheim. Sieger nach Punkten, Ilaida Konczak, BC Warnow. So, liebe Freunde, Ehrung der beiden Frauen übernimmt Peter Pira. Er ist im DBS 2050 Mädchen für alles und deswegen bedanken wir uns auch und er nimmt deswegen auch die Ehrung vor. Herzlichen Dank für Peter Pira und seine Arbeit. Das ist sehr wertvoll für uns dabei. Applaus Wir rufen in den Ring Idris Wörter mit Segalen. Wir rufen in den Ring Idris Wörter mit Segalen. Wir rufen in den Ring Idris Wörter mit Segalen. Dann wird er auf die Ehrung. Das ist gut, was wir auf sieh in den Ring Idris Wörter mit Segalenising. Vielen Dank.